So, da sind wir wieder. Irgendwie. Irgendwo. Nein, wir sind natürlich hier, ganz klar. Wir hatten uns noch die Erlaubnis eingeholt von zwei Leuten, die momentan nicht da sind. Und zwar hat der gute... Oh Gott, ist... Ähm... Moment. Bilder 01? Nein. Gott, wie wird denn geschrieben? Ähm... Sir, unterstrich, Bilder 01. Ich hab's richtig. Okay. Okay, alles klar. Bei dem haben wir... Also wir sind gerade eben quasi dazu hingewiesen worden, dass man hier mal vorbeischauen soll. Weil der auch ganz toll gebaut haben soll. Jetzt gucken wir uns einfach mal um. Mal gucken, was er so gebastelt hat. Das hier sieht sehr stark nach Züchtung aus. Und ich höre ja schon wieder ein paar Sachen klappern. Zücken wir doch schon mal die Abendlust. Oder ist das Oli's Satzatut, die so klappert? Die wenigsten Leute haben einen Schlafsack, glaube ich, dabei. Verdammt. Ja, das Gebäude gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Oh, 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 die brennenden Türme sehen geil aus. Die sehen geil aus. Die gefallen mir. Hehe, cool. Äh, ein bisschen, ein bisschen Wikinger-Stil an manchen Ecken. Irgendwie so diese ausladenden Ecken da oben sehen ein bisschen nach Wikinger aus. Okay, okay, okay. Es ist sehr bunt, vor allem, wenn man von meinem Blickwinkel mal schaut. Überall Blumen. Ja, ja. Mit Blumen kämpfen wir ja quasi auch, sobald wir mit Bienchen anfangen. Und übrigens, Jojo, ne? Ähm, hier siehst du die Größe der Farben deinem Original, die du aufgebaut hast. Weil da habt ihr euch mit der Größe ein bisschen vertan. Im Süden. Ziemlich südmittig, glaube ich, hätte ich gesagt, ja. Hm. Die ist also wirklich ein Stückchen größer, als ihr sie gebaut habt. Ja. Aber gut. Das ist ja auch geil mit den Sprengklern da. Dieser Turm drauf. Das ist cool. Das ist auch eine sehr gute Idee. Das beschleunigt die Sache. Aber das hattest du ja schon im Video erwähnt, dass ihr das eventuell auch vorhattet. Wenn es nicht erreicht, was so weit rauskommt. Wie viel groß ist denn das jetzt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Hört ihr mich? Ja, irgendwie gefühlt, keine Ahnung, haben wir die falsche Anleitung oder sonst was geguckt. Ähm, die Mitte eurer Farm bestimmt die Größe der Farm drumherum dann. Naja, schon, aber... Die größte Geburt. Ja, ja. Das hat sich irgendwann mal geändert, dass es größer geworden. Das kann sein, ja. Schon mal ein paar Jahre. Ja, plötzlich haben wir irgendwas Altes bekommen. Na, wirscht. Im Prinzip können wir jetzt gucken, bis da, wo gerade doch was abgerissen wird von der alten Farm. Ähm, genau. Da hat er von Ende ja auch eine Farm aufgebaut. Okay. Und hier oben leuchtet was. Da leuchtet er ein bisschen mehr. Okay, da leuchtet also mal wieder eine Kugel. Oli, wir brauchen eine Kugel. Ich weiß nicht warum. Aber ist egal. Ähm, ja. Reasons. Ähm, weil wirs können vielleicht. Können wirs schon. Also eine kleine auf jeden Fall. Ja, genau. Eine kleine kriegen wir auf jeden Fall hin. Was ist denn das mit dieser, diese Closetone-Kugelanlage hier? Hat das irgendeinen Sinn oder ist das Deko? Äh, wo bist du? Ähm, im Süden. Ach so, ähm, die haben schon einen Sinn. Ich kann euch ja ein bisschen so erzählen, weil ich die Insel ein kleines bisschen kenne. Ähm, da sind Magnum-Torches drauf und dann der Rest drumherum ist einfach nur Deko. Okay. Ihr werdet feststellen, dass sie auf der gesamten Insel, ähm, kaum Monster spawnen. Okay. Okay. Also einfach, dass es lustiger aussieht. Nicht nur eine, nicht nur eine Torch. Dafür hat er noch eine schöne Mob-Farm hier, wo, ja. Wobei ich mich jetzt frage, ob dann die Magnum-Torch doch funktioniert. Wenn dann wenig gespawnt. Ähm, theoretisch hätte ich gesagt dann ja. Die Frage ist, wie es... Neben der Magnum-Torch gespawnt. Und nicht während eines Events. Events sind ja das Problem im Prinzip. Bei Events ignorieren grundsätzlich alles. Mhm. Aber es ist wirklich ganz normal, sind die Mobs während, äh, also neben der Magnum-Torch gespawnt. Direkt wirklich daneben. Da würde ich schon sagen, die funktioniert nicht. Okay. Das Gebäude neben der Kugel ist auch ganz cool. Mhm. Ich frage mich nur gerade, was er damit gemacht hat. Oder machen wollte. Na Gott, doch. Ja, Reaktor geht jetzt rein. Ähm, tief runter. Welches Gebäude? Achso, das Gebäude. Das ist seine Energieversorgung. Okay. Weil hier ist noch nichts drin. Bist du noch nicht? Doch, doch. Doch, doch. Doch, doch in der Mitte. In der Mitte ist was drin. Ah, ja. Ah. Gas turbine, gas turbine, 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 turbine. Sehr gut, sehr gut. Schöne Geschichte. Hat er ziemlich... Und das da finde ich auch cool gemacht, ehrlich gesagt. Sieht cool aus. Was? Genau. Das Rohr, das da in die Wand geht. Mit dem... Ah, das Gebäude ist aber ein Schildgenerator. Also von außen sieht das Gebäude aus wie ein Jetpack. Ich meine, von außen sieht das Gebäude wie ein Schildgenerator aus. Star Wars. Stimmt. Ja. Wind. Let me check. Ah, ja, 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 ja. Ja. Ja, aber es ist gut bei den Schildrillen. Weiß ich nicht. Glaube ich, ist unterschiedlich. Aber das Gute bei den Star Wars Schildgeneratoren ist ja eh, dass die immer außerhalb des Schildes sind. Ja klar, das macht ja auch viel Sinn, ne? Fehler bei Design. Aber ich mag irgendwie diesen Kontrast hier, wenn man hier ist und diese Kugel hat und da den, ich nenne es jetzt mal Schildgenerator und hinten dieses kleines Holzhaus. Und dann gehst du mal Richtung Norden und das siehst du dann, boah. Das hast du ja noch gar nicht gesehen. Nein, ich habe es auch gerade erst gesehen. Da hat er ein bisschen Bloodmagic. Ja gut, das ist Bloodmagic und Soundcraft. Der Strahler macht nämlich auch ordentlich Graffel. Naja, wenn jetzt meine Anzeige nicht übertüncht werde von einer Mail-Anzeige. Und ja, ich werde die Mail dann mir auch noch angucken. Was hat er denn da drunter gesetzt? Ah, okay, alles klar. Ich verstehe. Glaube ich. Äh, ja. Echt nice. Es ist wirklich gut gelungen. Kann man, kann man nichts dagegen sagen. Sehr schön gelungen. Gefällt mir. Noch ein bisschen weiter bauen, dann sieht es aus wie Hogwarts. Okay. Nur nicht in braun. Ansonsten. Ja, da müsste man einige kaputte Steine noch mit reinsetzen, ja. Und die Quidditch-Feld. Und Treppen, die sich drehen. Oh Gott. Genau. Ja, das geht ja wahrscheinlich. Das geht ja vielleicht sogar noch. Du musst nur immer jemanden daneben haben, der mit dem Ranch auf die Carpenter stairs draufhaut oder sowas. Ah, ja, okay. Okay. Auch du noch musst Activator mit dem Ranch drin. Ja, genau. Ja, okay. Das ist auch überhaupt nicht aufwendig, so eine Treppe. Ja, also da hat er sich schon an vielen Stellen richtig, richtig Mühe gegeben. Gefällt mir sehr gut. Und nicht nur einfach nur Funktion, 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 sondern auch irgendwo auch schön. Herrlich. Gefällt mir. Willst du da uns irgendwie ansprechen? Nein. Ich spreche dir mich an. Ach so. Was ernten die? Um nochmal auf das Thema mit dem Enten zurückzukommen. Okay. Und wenn er zurückkommt zur Farm, hier geht es doch in den Berg rein, da hat er seine ganze Maschine. Ich habe Angst. Also, das ist wirklich der Farm. Ja, also Richtung Süden. Äh, wo? Dann wahrscheinlich Richtung ganz zum südlichen Ende der Insel. Und dann irgendwo runter, oder? Und dann ganz runter auf Ebene der Farm und dann wieder Richtung Norden laufen. Wo ich bin. Ah, da, das. Weiße Gebäude. Genau. Oh, hier nicht. Genau, Wand. Weiße Wand. Oder Kellergeschoss. Okay, das sieht hier so ein bisschen klinikmäßig aus, so hell. Ja, ja, irgendwie schon ein bisschen. Aber ist ja okay. Wenn man es mag. Ich hätte gesagt, da hat es jemand mit Lasern ein ganz kleines bisschen übertrieben. Nur ein bisschen. Wo denn? Hä? Hier. Umdrehen. Geht doch noch. Ein kleines bisschen. Da habt ihr schon Schlimmeres gesehen. Ja, richtig. Ähm, ja, meine Framerate hat auch schon mal Schlimmeres gesehen. Aber auch schon Besseres. Ja, das stimmt auch wieder. Okay. Da bin ich wieder. Herr WB, wir sind gerade, soll ich dich holen? Ja, das wäre sehr nett. Warte mal, ich muss gerade mal gucken, dass ich wieder joiner. Oh, sogar eine Checkliste. Oh, eine Crafty Crate. Ah, so wie es hier auch geht. Rechts geht auch eine Crafty Crate machen, mache ich nicht irgendwas kaputt, oder? Nee, ich habe wieder ein IE entdeckt. Juhu. Wo sind wir denn jetzt hier? Warte mal, das kenne ich. The Builder 01. Ja, genau. Okay, 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 okay. Bei dem war ich auch schon öfters. Ach, nur fast 10.000 Block of Irons, nur dann. Was? Geht ja noch. Ja, toll, für den Luftschiff habe ich schon ein paar gebraucht. Ja, gut, wenn man genügend auf der Insel dann unterwegs ist und die Chunks dann auch geladen sind, dann laufen wir auch die ganzen Siebe durch, also von daher, das ist auch nur eine Frage der Zeit. Das heißt, wir machen ihm jetzt einen großen Gefallen. Ja. Ja, eigentlich schon. Ich kann mich schon mal auf der Insel hinstellen. Ja, klar. Doch, 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 doch. Hat er echt hübsch gebastelt. Gefällt mir. Oli schaut hier gerade, was da gemacht wird. Aha, ich weiß, was im Monat der Oli hier guckt. Ob das hier cheaten ist oder nicht, ja? Das ist ganz regulär. Von ganz von den Dinger noch 10 Sätzen. Mhm. Was? Was? Und, ähm, Phytogenik is an Insulators. Gesundheit, ich weiß. Genau. Wenn ihr mir hier voll... Wo seid ihr denn da hingegangen? Oli, du musst euch hier. Ah, ja. Hier. Hier bitte langsam folgen und dem Oli folgen. Dem Oli folgen, da rein, genau. Die Maschinen, die links stehen, mit denen man quasi Pflanzen züchten kann. Mit so musikieren Produkte. Also, mit anderen Worten, wachsen lassen kann, ohne sie wachsen zu lassen. Genau. Man braucht ja bloß das Rich Phytogru, was ja auch ganz einfach herzustellen ist. Strom. Rich Slack brauchst du dafür, ne? Aber das war eigentlich alles komplett überflüssig, weil wie wir aus Project RIT V8 wissen, brauchen wir nur eine TARDIS. Hast du aber was in der TARDIS? Ja. Genau. Oh. Ja, wie kriegt er das denn? Das ist nämlich eher die Frage. Wie kriegt er was? Die... Das Rich Phytogru, weil da kann der ja... Die Rich Slack bekommst du, indem du im Induction-Smelter irgendwelche Sachen bearbeitet hast. Ja, da brauchst du aber auch noch genug, oder? Ja, da brauchst du jede Menge Ärzte, die du dann da drin verarbeiten kannst. Andere Variante gibt es, glaube ich, nicht, daran zu kommen. Nee. Also ich weiß, bei den Stilproduktionen im High Offen... Ich würde behaupten, er macht das Ganze aus einer Clock. Eine Variante. Weil Mai hat irgendwas gefunden. Sand. Clock und Sand ergibt Gold und Rich Slack. Ja, das ist eine interessante Variante. Das Ganze kostet dann einen Redstone, weil die vier Gold kriegst du wieder raus. Rauskompass. Stimmt. Ah, zehn Prozent, ja. Ist okay. Kompass geht auch, ne? Mhm, ja. Kompass und Sand ergibt auch Rich Slack und... Okay, alles klar. Nicht schlecht. Mein Gold kriegst du ja durch sieben raus, Redstone genauso. Ja. Und Redstone kriegst du ja auch quasi aus der ersten Maschine, wenn du den Redstone Dendrion Seed da anpflanzt, oder beziehungsweise in der Maschine züchtest. Also das ist quasi schon möglich, aber diese Maschine ist, glaube ich, auch nicht ganz günstig, wenn ich mich der richtige Entzündung. Ja, ja. Gif. Okay, also... Aber einmal halt hinstellen, ne? Er hat aber allein sechs schon nur für Redstone. Ne, ne, fünf sind es, oder? Wie viele? Also der Photogenic, der kostet Lumium Gear, zwei Signal-Lum, ein Power-IO-Module, dann eben Maschinen-Frame und zwei Garten-Säulen. Also so teuer ist sie nicht. Hm, okay. Der Maschine-Frame ist dann das Teuerste, denke ich mal, wenn es resonant ist. Hm. Ja, er hat natürlich resonant genommen, ist klar, ne? Was sonst, ist ja langweilig. Aber auch der lässt sich ja dann mit der Zeit relativ näher... Er lässt sich basteln. Und man muss es ja nur einmal hinstellen. Er ist ein einmaliger Aufwand. Ah, ist okay. Ist okay. Interessante Variante, mit Pflanzen umzugehen. Mhm. Das ist die Felder. Und natürlich, für die Neutronil passt das natürlich wunderbar. Da lohnt es sich, glaube ich, sogar. Ach toll, keine Krautendeinschuld, mal eine klauen. Bei uns im Chat, Meister Vivi hat gerade geschrieben, meine Insel ist überhaupt nicht vorzeigbar. Bin lange nicht mehr zum Spielen gekommen. Ich finde, wir sollten sie uns anschauen. Dann haben wir vielleicht irgendwie noch ein gutes Gefühl, dass unsere Insel nicht ganz so heftig ist. Dann fragen wir doch mal im Chat nach, bei ihm, ob das okay geht. Wir können nicht einfach seine Insel betreten, ohne dass er... Hallo, wir sind Piraten. Doch. Ihr dürft das. Ihr müsst gucken, wir müssen da was nachschauen. Da war irgendwas. Wir brauchen den Honka noch irgendwie, dann sind wir die offizielle Behörde, die nach Cheats und so weiter sucht. Du Scheiße. Apropos, wir könnten auch mal beim Honka vorbeischauen. Eigentlich wollte Honka heute sogar dabei sein, aber irgendwie, weil entweder es endet oder... Ich weiß es nicht, ich sage ja gerade. Mann, Honka. Wie kommt man denn jetzt hier eigentlich wieder raus? Ich bin wieder raus hier. Bei dem hat wahrscheinlich keiner angerufen und ihn geweckt. Nein. Das ist halt bei Behörden so, weißt du, das ist... Aber... Die sagen auch, ja, ich muss arbeiten und dann arbeiten sie nicht und dann sagen sie halt auch, ja, ich komme vorbei und dann kommen sie nicht vorbei. Das ist halt einfach so. Ja, außerdem war es außerhalb der Öffnungszeiten von daher. Achso, ja. Das stimmt auch wieder. Von 7 Uhr bis 7 Uhr 10 geöffnet und so weiter, ne? Okay. Und da ist Kaffeepause. 5 Minuten Kaffeepause. So. Haben wir jetzt eigentlich... Eigentlich können wir mal bei diesen Fotogenics Sachen uns bedienen, oder? Weil das fällt ja nicht mal auf. Wie war deine Einstellung zu dem Thema bezüglich Dinge, die man noch nicht selber bauen kann, sollte man nicht annehmen? Ja, ich habe es ja nicht angenommen. Wir haben es geändert. Achso, das hast du ja genommen. Ja, genau. Das war kein Geschenk. Wir haben es selbst der Oberhaut. Ja, okay. Genommen und angenommen. Ich finde es nur faszinierend, dass hier das Holz nicht anfängt. Hier geht es auch ein Versteck. Bei dem Haus. Also würde ich jetzt gerade aber... Der ist immer der Zusatz... Ganz wichtig ist immer der Zusatz selbst. Ja. Wie kommt man eigentlich an diesen Neutro-Irgendwas-Seeds ran? Die kannst du kaufen. Richtig. Aha. Ja, in den inneren Ländern. Da können wir sie hochzüchten. Aha. Wo wir bisher ja nicht viel haben, weil wir ja keine Brücken hatten. Ja, genau. Ja, das ist die Allerliste-Questery. Von eurer Brücke zu uns und dann von uns über die Südbrücke zum Seelenschiff. Genau. Im Westenring einfach Richtung Süden fliegen. Du hast gerade irgendwas von Quest erzählt. Ja, für die letzte Quest-Reihe in eurem Quest-Buch und auch in unserem Quest-Buch, die sich ja so liebevoll schimpft, die Verrückten. Genau dafür werdet ihr das nachher brauchen. Ich muss, weil ich sozusagen jetzt mal euch dran habe. Dran? Okay. Ja, genau. Die inneren Länder sind ja interessant und gut, aber mir fehlt irgendwie so die Information, was kann ich da überhaupt machen? Also jetzt nicht, okay, du kannst das und das kaufen, sondern du kannst was kaufen. Oder irgendwie da, das habe ich irgendwie vermisst, also rein mal, dass ich da mal hingucken sollte, weil es da wirklich was gibt und nicht nur, es sieht schön aus. Also klar, das ist natürlich schon lustig, aber vom Prinzip her, ja, ihr habt recht, in den Quest-Reihen wird nicht darauf hingewiesen, dass man in die inneren Länder muss, wenn ich mich in den Sinne. Ja, das ist aber von der Quest-Reihe direkt vom Anfang an, die einen da hinführt. Ja, okay, das ist richtig. Ja, und dann stirbt man direkt, also diese leitvolle Erfahrung habe ich ja ganz am Anfang gemacht. Ach ja, da waren ja so sicher, gell. Nee, aber auch zum Beispiel im Forum vielleicht ein Post, irgendwie so Sinn und Nutzen der inneren Länder, einfach mal so ein FAQ. Warum gibt's die, wofür sind die und sonst was? Oder auch, ich glaube, ich zumindest habe zwar irgendwie mitgekriegt, dass mit irgendwelchen Spawnern und sonst was gearbeitet wird irgendwo für Gemeinsam, aber gefühlt habe ich auch keine Ahnung. Das war aber tatsächlich im Forum gestanden. Ja, da gibt's auch ein Seelenschiff, Lernschiff, wie auch immer, ein LTC, der einen da hinführt, in das sogenannte Vestiarium. Aber das Prinzip, da hat der Jojo schon wiederum recht, es wird einem nirgendwo gezeigt, dass man da hin muss. Wir zeigen es in unseren Videos zwar ab und zu, solche Geschichten, das ist schon klar, aber wenn man den nicht gesehen hat, dann steht man da vielleicht ein bisschen blöd da. Ist richtig? Richtig, ja. Ein dicker Trank. Das ist einfach nur ein kleiner Hinweis, das ist alles scheiße, weil es gibt's nicht, sondern... Ist schon richtig. Apropos... Das war ja auch so ein bisschen zum Erkunden gedacht, dass man auch ein bisschen selbst was entdecken kann. Ja, nur wie gesagt, bei uns war es jetzt halt so, wir sind die ganze Zeit auf unserer Insel, weil es so viel da zu tun gibt, dass wir gar nicht auf die Idee gekommen sind, hey, wir könnten jetzt mal losziehen auf die inneren Länder. Ja, richtig. Ja, ist richtig. Dann so dieses, ja, guck da mal hin, weil da gibt's wirklich was, was dich weiterbringt. So, ach, aha, okay. Ist richtig. Natürlich, ähm, haben wir auch für unser nächstes Modpack uns schon eine andere Idee dazu gedacht, ähm, und zwar eine Integration des Questbooks mit den Custom-NPCs. Aber da gibt's momentan noch einige Bugs. Nicht Features, das sind tatsächlich definitiv Bugs. Ja, aber schmiert auf. Ach, das... Ja, komm hier nicht mit so Lappalien. Ich kann mal... Apropos Hinweise. Meister Vivi hat geschrieben, Macht, was ihr wollt, gibt aber noch keine riesigen Statuen. Äh, ganz wichtig ist der Teil, macht, was ihr wollt. Das ist gegenüber Piraten ein sehr kritischer, eine sehr kritische Aussage. Wir sollten uns beeilen, bevor er es zurückzieht. Das war sozusagen ein Freibrief. Ja. Gut, äh... Okay, ich komme. Ist er weg? Ist er weg? Kann ich mich zu importen? Hm. Ich bin auf einer Insel. Ist er ja auch sehr gekräftig. Es ist dunkel. Mhm. Nicht sehen Gebäudes. Wow. Also sein Spawn hätte er ja schon mal ausbauen können, ne? Ja, echt. Also fühle ich mich nicht sehr willkommen. Oder ist Licht? Da ist unten das Licht, da ist ein Gebäude ohne Dächer. Das kommt mir bekannt vor. Wow. Okay, Barrels, das kommt mir auch bekannt vor. Wo seid ihr? Hilfe. Hier bei dem Gebäude. Da, wo es hell ist. Ziemlich... Das sind mehrere Stellen, wo es hell ist. Eher nördlich. Hallo. Oh, oh, Fledermäuse. Nördlich, okay. Nördlich. Ne, das ist... Ah, da, da, da. Das ist südlich, oder? Das ist nördlich. Eher nördlich. Ach so, ja, der Fall zeigt an morgen. Okay, gut. Es ist laut hier. Oh, guck mal, eine Treppe. Eine Treppe? Meister Wibi, wo sind denn deine Wertgegenstände? Hilf uns doch mal ein bisschen. Ah, ich glaube, in dem Fall heißen die noch Bodenschädte. Das ist gut, ja. Das ist gut, ja. Ich habe keine Ahnung, das scheint wohl irgendwo ein Mob zu sein, der hier ein bisschen Spund lässt. Ja, und Lärmach. War das runtergebuddelt, oder war das die Weltgen? Das Lustige ist, die Minimap lädt bei mir auch nicht so wirklich richtig. Ne, bei mir auch nicht. Cool, ich kriege Kohle. Puh, ich kann immer hier Posten. Also, Piraten nehmen immer gerne Kohle, aber andere Kohle. Warum habe ich jetzt Eis bekommen? Das habe ich gerade aus dem Inventar geschmissen, um mir einen Brief entgegenzunehmen, den mir der Minion 1311 geschrieben hat. Ach du Scheiße, deine komplette Wurfernrüstung mir geschickt. Gut, kann man die annehmen? Kann man die bauen? Ich glaube, die müsste man bauen können. Oder können wir die bauen? Theoretisch schon. Ja, ja, ja. Also, Draconium kann man alles. Ne, das ist da, sag mal, warum liegen. Doch, das müssen wir nicht. Ja, etwas. Ja, du hast auch da oben wieder ein bisschen übertrieben mit einem Luftschiff, ne? Was, ich? Ja, du. Ne. Doch. Ne, es geht noch Dollar. Ja, das ist... Ich glaube, das haben wir heute gesehen, dass Dollar geht. Ja. Der hat gecheatet, der zählt nicht. Was? Ich habe gar nicht gecheatet. Wie heißt der Mod, mit dem man da die Dinger auch noch bewegen kann? Äh, Archimedes, glaube ich. Ja, genau, genau. Aber ich glaube, dazu ist es zu groß, gell? Äh, ja, weil das Luftschiff ist ungefähr so groß wie das, was ich mal... Da warst du ja auch dabei, Klaus, oder? Wo ich das Luftschiff gebaut hatte. Äh... Oder warst du da dabei? Da war das Project RRTV 2 oder so? Ja. Ich glaube schon, ne? Ja. Ich kann mich auch so ein Luftschiff in der Stelle. Und das ist schon ein bisschen her. Nur da wollte ich Archimedes nicht. Achimedes war dem ein bisschen zu groß. Aber okay, egal. Also gut. Ich glaube, das geht auch nur in einem Chunk, keine Ahnung. Du brauchst auf jeden Fall mehr Wolleblöcke als andere Blöcke, keine Ahnung. Ja. Liebe Piraten, schaut euch um. So hätte es bei euch aussehen können. Nein. Ihr seid weiter. Hätte ich jetzt getippt, oder? Na doch, 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 doch. Doch. Ja, ein bisschen. Wir haben, äh... Boah, das Vieh nervt. Hm? Meister, Vivi, dein Haustier nervt ziemlich. Also, ich fühle mich trotzdem hier wohl, weil ich endlich das Gefühl habe, dass wir doch nicht wie schlecht sind. Ah, guck mal was. Wow, du kannst zaubern. Kann ich? Ja, du hast ein Vieh, äh... Also, ich hab's nicht gesehen. Ich hab nur die Partikeleffekte gesehen. Okay. Aber es ist... Okay. Ich hab Vivis Haustier getötet. Yay! Deine Pflanzen sind übrigens, äh... Äh... Unkraut. Was? Kommt vor. Hier ist alles, äh... Verunkrautet. So, und wenn ihr dann nochmal gucken wollt, hier ist auch noch... Hier ist zwar Winter, aber es ist immer... Oh. Das war ich übrigens nicht, äh... Das war ich übrigens nicht, also, das hab ich nur gerade festgestellt. Äh, wobei Lust meistens mehr ist als Zeit, wie immer. Ähm... Ja, genau. Von daher war das jetzt nicht in die... Warte, hör... Oh, noch mehr Haustiere. Und außerdem sind wir ja auch zu dritt, von daher. Ja, genau. Genau. What? Also... Nur TP. Nur TP. Nur TP. TP-Bakerman reicht auch. Auch stimmt, ja, richtig. Nur zielrecht auch. Ja, weil da die Dimension Streetiker 2 nicht kennt. Na, TP. Äh... Erst meiner, dann deiner, ne? Ja. Oder nur seiner. Quelle ziehen. TP-Bakerman ging, ja. Irgendwas... Irgendwas haut, mischt er gerade. Wahrscheinlich dieser Vogel, der da oben in der Luft hängt. Ja, genau. Warum kann ich wieder nicht fliegen? Jetzt kann ich fliegen. Wie? Oh, er hat... Macht wieder grüne Glasdächer. Wo sind wir hier? Minion 13. Bei Minion 13.11. Der vorne bei uns im Discord war. Ähm... Der Turm sieht schon mal richtig scharf aus. Wow. Ja. Abgespaced, ja. Der sieht richtig scharf aus. Ja, scharf vor allem, wenn du dich oben draufsetzt, dann hast du einen aufgerissenen Hintert. Die Ecken sollte man sich nirgendwo reinrammen, glaube ich, ja? Nee. Das ist nicht so günstig. Reinrammen. Wenn hier oben jetzt noch ein Auge ist, dann ist es hier ein Mordor, oder? Genau. Saurons Auge noch da oben drauf, ja. Okay, und jetzt suchen wir alle nach, äh... Den Piratenschöp. Äh... Verdammt, wie hieß er? Der, 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 der... Der Mein Schatz. Wie heißt der Typ? Golom. Molom, genau. Smirgol. Mein Schatz. Wischüss. Der Mein Schatz-Typ. Smirgol war der, Smirgol war der Hobbit, der zu Golom wurde. Ja, genau. Seine zweite Fertifigkeit. Dieses Dach da, aus den Carpenters Dingern, und ist das Gravel oder Concrete? Sieht aus wie hier Asbest. Aber das, das sieht simpel aus. Olli, heil mich mal. Aber das hat, das hat was. Was ist... Oah. Das gefällt mir. Der andere Turm, der so leuchtet, der ist ja auch witzig. So. Futura. Kann ich... Ich kann mir doch hier garantiert irgendwo was zu essen nehmen. Ja, du bist... Ja, du bist Pirat. Auch das. Aber, also, ich mein, Essen sollte ja hoffentlich bei jemandem sowas hat nicht mehr das Problem sein. Eigentlich nicht, ne.